Hallöchen und Fing und zwar werde ich jetzt eine Runde Livestream, mein Besuch ist weg, meine Gäste sind weg, ich habe heute ein bisschen Geburtstag gefeiert und deswegen dachte ich mir, ich setze mich hier noch ein bisschen hin, streamen ungefähr so eine Stunde, anderthalb Stunden, mache ich das noch um so den Abend so ein bisschen chillig zu beenden und das machen wir mit euch, vielleicht zocken wir ein bisschen, auf jeden Fall zocken wir als allererstes ein bisschen Minecraft vielleicht zocken wir da noch eine Runde Zombies oder Multiplayer von COD, wie ihr Bock drauf habt, wie ich Bock drauf hab, sehen wir es leicht, deswegen schaut auch vorbei auf twitch.tv vielleicht lieber live.early.tv und dann sehen wir uns gleich, ich habe jetzt übrigens ganz viele neue Sachen mit Tippi Stream eingeredet, ich habe ja früher, wenn Spenden kamen, dann kam mir immer ein oder selber, auch bei Subscriber ein oder selber, da habe ich jetzt ein bisschen was überarbeitet, habe mich da einen halben Tag drangesetzt, zusammen mit dem Flo von Tippi, Dangert übrigens, und habe da ein bisschen was umgebastelt, das ist jetzt ganz cool, steht und auf Stream sind alle Infos und dann würde ich sagen, bis gleich, schaut auf jeden Fall vorbei.